Im letzten Video haben wir uns mit der gesellschaftlichen Entwicklung und den bildungspolitischen Reaktionen der 60er Jahre beschäftigt. Vor diesem Hintergrund können wir uns nun der Arbeitsgruppe Curriculum Musik zuwenden, die seit 1967 zusammenarbeitete. An dieser Gruppe waren verschiedene Personen mitbeteiligt, die im Übrigen auch nicht alle Musiklehrkräfte waren. Rudolf Friesius, Willi Gundlach, Peter Fuchs, Ulrich Günther und Gottfried Künzel. Ursprünglich war die Gruppe zusammengekommen, um ein Unterrichtswerk für die Sekundarstufe im Klettverlag zu entwickeln. Sie entwickelten nun über mehrere Jahre gemeinsam eine damals neuartige Medienkombination aus Lehrerband, Schülerbuch, Arbeitskarten und Tonbänder. Parallel dazu wurde das Unterrichtsmaterial während der Entstehung in insgesamt über 100 Schulklassen erprobt und die Ergebnisse und Erfahrungen bei der Erprobung wurden wieder in den Prozess der Weiterentwicklung eingespeist. Ganz bewusst entschied man sich dazu, die Überlegungen schon in einem frühen Stadium in den Wirkungskreisen der Autoren, wie sie es selbst nannten, zu diskutieren. Bei der Entwicklung von Sequenzen Musik Sekundarstufe 1 stand zunächst nicht das Schulbuchmanuskript im Mittelpunkt der Arbeit, sondern das Nachdenken über die Zielsetzung des Faches Musik und über seine Beziehung zu den anderen Fächern. Dieses Vorgehen verlangte ständige Diskussion. Autoren und Verlag trafen sich mehrmals im Jahr zu Tagungen. Zwischendurch fanden zahlreiche Gespräche in kleineren Gruppen statt. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit auf Tagungen und in Gruppen übertrugen die Autoren auch auf die Erarbeitung von Manuskripten. Der Verlag veranstaltete diese Tagungen und Treffen. Er brachte seine pädagogischen Erfahrungen und seine Kenntnis der bestehenden Unterrichtssituation im In- und Ausland in die Diskussion mit ein. Die Autoren erprobten und diskutierten ihre Ideen und Manuskripte im Zusammenarbeit mit Lehrern, Studenten, Fachkollegen und Kollegen aus anderen Fachbereichen. Vor allem der Beitrag der Lehrer beschränkte sich nicht auf die Kritik an der Konzeption oder auf die Bestätigung von Manuskripten. Die Lehrer wurden in den Denkprozess einbezogen. Sie steuerten Einfälle bei, sammelten Material, suchten Motivationen und trugen damit vielfach entscheidend zur Korrektur und Ausformung der Konzeption bei. Die Autoren betreuten über 150 Versuchsklassen an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen. In wöchentlichen Arbeitsgesprächen und auf Kurztagungen wurden Unterrichtsprotokolle analysiert, Missverständnisse ausgeräumt, Erfahrungen ausgetauscht und neue Informationen gegeben. Für diese Arbeit leistete das hochschulinterne Fernsehen in Oldenburg ausgezeichnete Dienste. Fernsehaufzeichnungen und Unterrichtsprotokolle erlaubten die Diskussion und die Kommentierung des Unterrichts, ohne dass er gestört wurde. In der Einleitung des Lehrerbandes des Schulbuches Sequenzen kann man ziemlich genau nachlesen, wie der Prozess der Arbeit in der Gruppe verlaufen ist. Ursprünglich war das Ganze anders geplant. Man wollte nämlich einen Band A für 10- bis 13-Jährige herausgeben und einen Band B für die 14- bis 16-Jährigen. Und auch die thematische Aufteilung war zunächst anders gedacht. Aber die intensive gemeinsame Arbeit und die Auseinandersetzung mit den bildungspolitischen Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich das ganze Projekt anders entwickelte, als es zunächst angedacht war. Es ist unheimlich lesenswert und spannend, wie ich finde, dass man in der Einleitung diesen Prozess noch einmal nachvollziehen kann. Und nicht nur die geronnene Erfahrung in Form des Endprodukts präsentiert bekommt. Ein Blick auf den ersten Teil im Inhaltsverzeichnis macht auch schon deutlich, wie sehr die aktuelle Diskussion Eingang in die Arbeit der Gruppe fand. Das Wort Curriculum taucht häufig auf und auch die Lernzieldefinition macht deutlich, dass man eindeutig auch von Robinsons Buch beeinflusst war. Im Kapitel 4.2 wird dann auch ausführlich erklärt, dass ein Unterrichtswerk, welches im Rahmen eines Curriculums gedacht wird, eine andere Funktion haben muss als ein herkömmliches Schulbuch. Es muss überprüfbar sein und dabei gleichzeitig für Veränderungen offen bleiben, soweit das möglich ist. Außerdem waren die Lehrkräfte ausdrücklich dazu aufgefordert, sich an der Curriculum-Revision zu beteiligen und mitzuwirken. Darum bestehen die Sequenzen auch aus der Materialkombination aus Lehrerband, Hörbeispielen, einem Arbeitsbuch bzw. Arbeitskarten. Der Lehrerband war konsequenterweise als Ringbuch angelegt, wodurch noch einmal der unabgeschlossene Charakter verdeutlicht war. Die Sequenzen sind auf jeden Fall so entwickelt worden, dass sie für Schülerinnen aller Schulformen verwendet werden können, auch weil die Autoren damals davon ausgegangen sind, dass die Gesamtschule sich durchsetzen würde. Entscheidend für den Gebrauch des Buches war, dass es nicht zwingend chronologisch oder vollständig durchgearbeitet werden musste. Vielmehr waren Lehrkräfte dazu aufgefordert, sich frei zu entscheiden, an welchen Stellen sie anfangen oder weiterarbeiten wollten. Darauf wurde direkt auf der ersten Seite des Lehrerbandes noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Das Schulbuch war vom Autorenteam ursprünglich in drei Folgen vorgesehen, von denen aber nur zwei tatsächlich erschienen. Begleitend waren umfassende Lehrerfortbildungen gedacht, um die Lehrkräfte auf den Umgang mit diesem völlig anders angelegten Lehrwerk vorzubereiten. Um einen Einblick in die dahinterliegende Vorstellung von Musikunterricht zu geben, kann man sich beispielsweise Ulrich Günthers Artikel zur Neukonzeption des Musikunterrichts anschauen. Erstens vier Grundsätze für einen künftigen Musikunterricht. Sein Ziel ist, jeden Schüler so zu befähigen und auszurüsten, dass er an der hörbaren Wirklichkeit heute und morgen teilnehmen und teilhaben und darüber hinaus sie positiv mitverändern kann. Aus dieser Definition und Zielsetzung des künftigen Musikunterrichts ergeben sich vier pädagogisch-didaktische Konsequenzen. Es geht erstens um die hörbare Wirklichkeit von heute und morgen. Zweitens um die Teilnahme und Teilhabe daran, aber auch um deren Veränderung der Wirklichkeit. Drittens darum, dass jeder Schüler dazu befähigt wird. Dazu im Einzelnen. Erstens. Hörbare Wirklichkeit beinhaltet mehr als nur musikalische Kunstwerke, die überdies noch unter bestimmten pädagogischen, gesellschaftlichen oder politischen Vorurteilen ausgewählt und angeboten werden. Hörbare Wirklichkeit meint alles Hörbare, das geordnet ist oder das sich ordnen lässt, darunter die Musik aller Zeiten, Formen, Völker und Kulturkreise sowie Musik in allen möglichen ästhetischen Kombinationen ohne Einschränkung. Zweitens. Teilnahme, um mitzuverändern, setzt voraus, dass man Verfahren und Methoden kennen und erproben lernt, ferner das akustische Material, das Entstehen und Verändern von Ordnungen, die Grenzen, wo Musik beginnt oder aufhört, Musik zu sein, wo Hörbares sich mit einer Wirklichkeit kombiniert, die mit anderen Sinnen wahrgenommen wird. Drittens. Jeder Schüler soll befähigt werden, nicht nur einige sogenannte Begabte. Alle Laien, also auch Kinder und Heranwachsende, haben zumindest zwei grundlegende Erfahrungen mit umweltschallvielfältigster Art und mit ihrer Umgangssprache. Das Ziel, jeden Schüler zu befähigen, macht es außerdem nötig, im Unterricht so oft wie didaktisch möglich die geübten und angewendeten musikalischen Verhaltensweisen ebenso abzuwechseln wie die Gegenstände und Themen des Unterrichts und des Lernens. Kurz, statt indoktrinierender, bestätigender oder frustrierender Einseitigkeiten, Vielfalt der Verhaltensweisen, Gegenstände, Themen, Methoden. Viertens. Gegenwärtig müssen wir davon ausgehen, dass Musikunterricht nur selten kontinuierlich erteilt wird. Vielmehr sind beispielsweise häufiger Ausfall, oft ein oder mehrere Schuljahre hindurch, Wahlfreiheit und Lehrerwechsel eher die Regel als die Ausnahme. Es gilt also, daraus die didaktische Konsequenz zu ziehen, dass an die Stelle eines linear-progressiven Lehrgangs über viele Schuljahre hinweg ein flexibles Konzept tritt. Dies Konzept muss es ermöglichen, mit dem Musikunterricht in jeder Situation und jeder Bedingung zu jeder Zeit und dennoch zentral, nicht aber propedeutisch zu beginnen. Ein solches Konzept wäre nicht nur für den derzeitigen Zustand eines diskontinuierlichen Musikunterrichts brauchbar, sondern auch praktikabel für die sehr flexible Organisationsform jeglichen Unterrichts in der künftigen Gesamtschule. Nach diesen Vorbemerkungen werden wir uns im nächsten Video genauer mit dem Aufbau und der Organisation des Lehrerbandes beschäftigen und auch einen Blick in das Schülerbuch werfen.